Hallo Welt, hier ist Agent Martina, Martina Kütter, im Auftrag ihrer Majestät dem Unbewussten. Und ich möchte euch heute erinnern, dass ihr eurer eigenen Majestät des Unbewussten euren Respekt zollt. Denn wenn ihr euer Tagesziel allein mit dem Willen erreichen wollt, dann werdet ihr ohne eurer Majestät keinen Erfolg haben. Wie das geht? Ganz einfach. Ihr könnt über die Imagination mit eurer Majestät dem Unbewussten in Kontakt treten und mit ihr konform gehen. Dann läuft es auch mit eurem Tagesziel. Außerdem möchte ich euch kurz erzählen, wie es auf der Ladies' Lounge war. Ich hatte euch erzählt, dass ich dort meinen Vortrag halte, Mission in Trance. Und es war großartig. Die Leute waren begeistert von meinem Vortrag. Und ich lade auch euch dazu ein, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wie ihr mit eurer Majestät dem Unbewussten in Kommunikation geht. Und das könnt ihr morgen am Freitag, den 15. November, auf der Frauenpower-Messe in Meckenheim machen. Nämlich da ist um 16 Uhr, also eigentlich fängt es um 10 Uhr an, aber um 16 Uhr ist mein Vortrag, Mission in Trance. Und dort spreche ich über Sabotage-Programme und wie man Erfolg als automatisiertes Programm installieren kann. Außerdem zeige ich euch mal hier diesen Schal. Das ist nämlich ein wunderschöner Kaschmir-Schal, den ich nämlich auf der Ladies' Lounge von Josie Freud bekommen habe. Josie Freud ist von der Wanderauszeit. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja bei Josie mal auf die Homepage gehen und schauen, was sie so alles anbietet. Und unter anderem reist sie, macht sie Wanderauszeiten in Nepal, wo dieser Schal nämlich herkommt. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, es wird großartig. Und ich erzähle euch später mehr über euer Unbewusstes und Mission in Trance. Weil wir leben nur einmal. Einen wunderschönen Tag euch!